Get up, stand up, stand up for your ride. Moin. Heute möchte ich mal über Geschwindigkeit reden. Es sind so viele Thesen im Raum, was ein Brett schnell macht. Besonders Länge läuft, ist dort eines der Hauptthesen, die auch teilweise vehement vertreten werden. Denn wenn das Leben so einfach wäre, bräuchten wir nur eine Art Brett und alles ist gut. Wir würden uns gar nicht mit 14 Fuß abgeben, sondern 16, 18 Fußboards fahren und wir wären immer die schnellsten auf dem Wasser. Ist nicht ganz so, denn es sind mehrere Faktoren, die an der Stelle eine Rolle spielen. Das eine ist ganz klar die Rumpfgeschwindigkeit, symbolisiert durch den Satz Länge läuft. Wir haben aber auch den Formwiderstand, also was vorne aufs Brett drückt und was hinten abreißt. Wir haben die Reibung, ganz klar. Und wir haben ganz außer Acht gelassen, oft manchmal habe ich das Gefühl, die eigentlichen Shapes, also die Formen der Bretter. Die alle Sachen spielen hier zusammen. Und auch wenn man im Internet wirklich mal jetzt nicht so aller Weltsthesen, aber so ein bisschen fundiertere Thesen liest, wie die Formgeschwindigkeit, die Rumpfgeschwindigkeit wirklich einen Einfluss hat, da merkt man schon sehr schnell, ja, wir sehen das Ganze ein bisschen zu einfach. Ich versuche da mal ein bisschen Ordnung reinzubringen. Das ist nämlich nicht eine allgemeingültige These. Das erkennt man auch schon an der Formel für die Rumpfgeschwindigkeit, die nicht eindeutig ist mathematisch, sondern die einfach zu viele Faktoren rechts und links hat. Und ich versuche da mal ein bisschen Ordnung reinzubringen. So, das hier ist ein relativ schnelles Brett. 14 Fuß, 23 Inzbreite, ein bisschen durchgerockert, eine Konkave in der Mitte, Open-Water-fähig und eher Open-Water-fähig. Und er fühlt sich auch ein bisschen wohler im Open-Water als im reinen Flachwasser, der All-Star. Ja, etwas gemäßigter, was die Wellen angeht, der Sprint. Aber es gibt Vergleichbare, den Norden Free Race, von SIC den Rocket Ship oder den Bullet. Es ist egal, eins haben die Dinge alle gemeinsam, 12,5 Fuß aufwärts. Warum Länge läuft, wird gesagt. Na, zumindest glauben es viele, ist aber gar nicht so wahr. Wenn man Conor Becksters Video sieht, da muss man mal genau hinschauen. Das sind nicht immer 23 Inzboards, auf denen er steht, und das sind nicht immer 14 Fußboards. Das sind durchaus auch 12 Sechser. Ich habe gesagt, es gibt mehrere Faktoren. Wir erinnern uns an unseren Mathematikunterricht, Faktoren, das sind Multiplikatoren. So, es gibt mehrere Faktoren, die also wirklich eine Rolle spielen dabei. So, kommen wir erstmal auf das, was immer gesagt wird, auf die Rumpfgeschwindigkeit. Was besagt die Rumpfgeschwindigkeit? Ein Gegenstand im Wasser, der 100% verdrängt, erstes wichtiges Wort, merken. Der 100% verdrängt, kann nicht schneller werden, als das Ergebnis dieser Formel aus der Rumpfgeschwindigkeit. Die Formel blenden wir jetzt hier mal ein. So, das ist erstmal so das Generelle. Nochmal das erste Axiom. Aktion, eine Behauptung, auf der man den Rest der Argumentation aufbaut. Was besagt das? Es gibt zwei Wellen am Brett. Einmal eine vorne, eine Bugwelle und eine Heckwelle. Je schneller man jetzt nun wird, umso mehr wandert diese Welle, die Bugwelle nach hinten und verbindet sich nach hinten zu einem System. Irgendwann ist man an diesem Punkt, wo diese Welle mehr Energie hat, als ich noch weiter reinstecken kann. Das ist wie eine Booby Trap. Ich stecke immer mehr Energie rein und dadurch wird diese Welle immer größer. Stimmt. Und jetzt erinnern wir uns gerade an das, was ich gesagt habe. Es geht um Verdränger. So, was wir aber ans Board unter den Füßen haben, das sind zwar reine Verdränger in dem Augenblick, wenn das Ding steht. Aber sobald wir anfangen damit zu paddeln, uns vorwärts zu bewegen, beginnt Wasser unter unserem Board lang zu fließen. So was wird durch eine Konkave noch durchaus unterstützt. Und was passiert nun? Erinnern wir uns? Kind, Schwimmbad, Hand übers Wasser, sie taucht nicht ein. Warum? Es gibt zwei Arten von Auftrieb. Und diese Rumpfgeschwindigkeit gilt nur für eine Art dieser Auftrieb. Es gibt einmal den statischen Auftrieb. Das ist die Sache mit der Verdrängung. Das heißt, ein Brett verdrängt so viel Wasser zur Seite, wie es insgesamt, inklusive Fahrer und Paddel, wiegt. Das heißt, ich mit meinen 85 Kilo Anzugpaddel, sagen wir mal großzügig, ich komme auf 90 Kilo. Wenn ich auf diesem Brett stehe, verdränge ich 90 Liter Wasser. Plus Brett, sagen wir mal knapp 100 Liter. So, jetzt geht die Formel der Rumpfgeschwindigkeit und die Physik davon aus, dass das ganze Wasser um den Shape herum geleitet wird. Und dabei eben vorne die entsprechende Bugwelle entsteht. Und hinten beim Zusammenfluss die entsprechende Heckwelle. So, wenn wir aber anfangen zu paddeln, entsteht unter dem Brett ein dynamischer Auftrieb. Hydrodynamisch, hydrostatisch. Also ein dynamischer Auftrieb. Diese Sache mit der Hand über der Wasseroberfläche. Das heißt, dieses Brett wird gar nicht mehr komplett vom Wasser umspült, sondern ein Großteil wird unter dem Brett durchgeleitet und liftet das Brett an. Nicht sonderlich stark, aber schon eine spürbare Kraft. Diese Formel der Rumpfgeschwindigkeit geht von einem Verdrängerrumpf aus. So, ein Verdrängerrumpf ist rund. Wie ein Baumstamm unten drunter. Warum fahren wir sowas nicht, wenn das dann doch mehr Geschwindigkeit bringt? Und wir Windsurfer haben das wirklich Ende der 70er, Anfang der 80er probiert. Wir haben solche Boards gefahren. 4 Meter lang, weil das wurde da irgendwann mal als Grenze gesetzt. Und unten total rund. Zu beherrschen nur, weil wir ein so langes Schwert drin hatten. Weil dieses Brett total rund, dreht natürlich wie ein Baumstamm. Deswegen fahren wir solche Bretter nicht, weil sie sind nicht zu beherrschen. Und damit würde auch 100% wieder die Rumpfgeschwindigkeit gelten. Wenn man jetzt Videos sieht von Conor Baxter, dann sieht man, der ist mit dem Brett im Gleiten. Technical Race. Unabdingbar, dass man eine Welle anpaddelt und ins Gleiten kommt. Das heißt, beim Gleiten passiert folgendes. Das Brett entwickelt so viel dynamischen Auftrieb und durch seine Form begünstigt, geht es über die Bugwelle drüber und surft diese Bugwelle ab. Das braucht Energie, wie zum Beispiel durch eine zusätzliche Welle oder bei einem Motorboot durch einen starken Motor. Aber diese Bretter können das. Sie können gleiten. Beim Downwinden, wenn sie eine Welle abreiten, alles. Wir haben also gar keine Bretter, die der reinen Rumpfgeschwindigkeitsformel folgen. Sondern je schneller wir werden. Das heißt, je mehr wir uns an sich dem Maximum der Rumpfgeschwindigkeit nähern, umso mehr dynamischen Auftrieb hat das Brett unten drunter. Durch die Bugform bedingt ist das Brett geeignet, auch in diesen Halbgleitzustand zu kommen, der zwar Energie frisst, aber mit einer kleinen Welle im Hintergrund sind wir automatisch dann im Gleiten. Automatisch nicht, braucht ein bisschen Übung. Gut, also diese Formel der reinen Rumpfgeschwindigkeit gilt nur für unsere Bords bedingt, weil wir unten nicht rund sind, sondern weil wir meistens flach sind. Oder annähernd flach, wenn auch mit Konkaven oder so. Aber die gilt gar nicht für uns. Ein Kanut, der hat unten ein rundes Bord. Ein Ruderer hat unten ein rundes Bord. Ein Segler ist unten rund. Wir sind flach. So, das heißt, andere Faktoren spielen genauso eine Rolle. So, noch dazu, diese Rumpfgeschwindigkeit kommt zum Beispiel beim 14 Fuß bei irgendwie so 8,6, 8,8 Stundenkilometer zustande. Und wer paddelt das denn in der Spitze? Geschweige denn als Dauerzustand. Das heißt, diese 14 Fuß Boards sind, sagen wir mal, schon ein leichter Overkill. 18 Fuß oder 17,2 sind der totale Overkill in dieser Rumpfgeschwindigkeitsdiskussion. Sie bringen dort eigentlich nichts mehr. Wo werden denn die langen Dinge eingesetzt? Beim Downwind, wo ich also gar nicht dieses Problem mit dem Überholen meiner Bugwelle habe, weil mich von hinten ein Mörderswell schiebt. So, was sind also die beiden oder die anderen Faktoren, die noch eine Rolle spielen? Der andere Faktor, der eine Rolle spielt und der übrigens schlechter wird, je größer das Brett wird, das ist die Reibung. Der Reibungsunterschied zwischen Hardboards ist relativ gering. Im Regelfall unten 600er gesendet, manchmal auch aus optischen Gründen einfach wirklich planen gelassen. Aber das ist schon ein kleiner Unterschied, den man eventuell spüren könnte. Aber 600 gesendet, setzt die Reibung nach unten. Was aber die Reibung wieder erhöht, ist natürlich, je mehr Fläche ich im Wasser habe. Umso stärker habe ich den Reibungswiderstand an einem Brett. Das heißt, wenn ich ein raues Brett habe, wie zum Beispiel ein aufblasbares Brett, was immer rauer ist, und ich gehe auf 14 Fuß, erhöhe ich die Reibungsgeschwindigkeit so drastisch, dass ich an sich besser bei 12,6 geblieben wäre, weil da wäre die Reibungsgeschwindigkeit nicht so stark. Es hängt also von der Oberflächenbeschaffenheit des Bretts auch ab, wie hoch der Reibungswiderstand sich erhöht. Aber er erhöht sich, je mehr benetzte Fläche, so heißt das nun mal, ich im Wasser habe. Es ist also Ziel, diese benetzte Fläche möglichst gering zu haben. Auch hier wäre es natürlich dann schön, etwas Rundes im Unterwasserschiff zu haben. Dann bekomme ich maximales Volumen bei minimal benetzter Fläche rein. Deswegen ist ein Ball rund. Aber das Ding wäre nicht zu beherrschen. So, also Ziel ist es auch, die benetzte Fläche möglichst gering zu haben. Und jetzt merken wir schon, ich möchte wegen möglichst hoher Rumpfgeschwindigkeit ein langes Brett, aber das bitte mit möglichst wenig benetzter Fläche. Ich komme jetzt hier also schon in den nächsten Zwiespalt rein. So, ein zweiter Grund ist die Formgeschwindigkeit. Das heißt, das, was ich als Widerstand zum Beispiel vorne gegen das Brett bekomme. Weil in dieser Startphase muss entweder ein Teil des Wassers nach unten geleitet werden. Das ist ein Widerstand. Alles, was ich umleite, ist Energie. Oder ich muss ein seitlich drumherum leiten. Hier kommen wir in das System der Breite. Jetzt kommen wir wieder in die nächste Verknüpfung. Je schmaler, desto geringer der Formwiderstand. So, das verknüpft sich jetzt aber auch automatisch wieder mit der benetzten Fläche. Je schmaler, desto kleiner die benetzte Fläche. Aber auch wieder mit der Formel für die Rumpfgeschwindigkeit. Weil ab einem Verhältnis von 1 zu 8 Breite zu Länge eines Bretts, dann reduziert sich die Wirkung der Rumpfgeschwindigkeit. Deswegen sind Ruderboote so immens lang und schmal. Das heißt also, die Breite hat wieder Auswirkungen auf die Rumpfgeschwindigkeit. Deswegen ist diese Formel für die Berechnung der Rumpfgeschwindigkeit nur für reine Verdränger gültig. Segelboote, Schifffahrtsboote, Berufsschifffahrtsboote, die fett satt im Wasser liegen mit einem unten runden Verdränger unter Wasserschirm. So, also ich verringere den Formwiderstand dadurch, dass ich das Brett schmaler mache. Aber ich habe nicht nur vorne einen Formwiderstand, ich habe ihn auch am Heck. Und das ist immer das, was ich in den Videos sage, wenn ich sage, das Brett hat einen super Wasserabriss. Und wenn man das hier bei diesem Brett sieht, die Kanten sind sehr scharf, damit das Wasser sauber abreißt, ab der Mitte und sogar schon hierbei ein bisschen vorher. Aber nach hinten brauche ich den unbedingt. Wasser, nochmal zur Erinnerung, hat die 10-fache Dichte von Luft. Das heißt, alles, was sich in der Luft stattfindet, sagen wir mal bei 50 Stundenkilometer, hat eine Wirkung im Wasser mit gleicher Intensität prozentual wie bei 5 Stundenkilometer. Das heißt, wenn ich hinten einen sauberen Wasserabriss habe, erreiche ich Folgendes. Das Wasser reißt ab und die Heckwelle, die sich da bildet, weil vorne wurde das Wasser verdrängt, das muss ja wieder zusammenlaufen, schlägt nicht an meinem Heck zusammen. Und diese Heckwelle schlägt ja rückwärts, das heißt, sie fängt hinten an zu ziehen. Also ein sauberer Wasserabriss ist wesentlich sinnvoller, als wenn ich auf Teufel komme raus, Länge und immer schmaler mache. Und jetzt sind wir natürlich Reibung, Länge, Wasserabriss, schon in dem Bereich, wo wir sagen, lohnt sich oder geht das überhaupt oder ist das sinnvoll, ein 14-Fuß ISUP, Aufblasbares, zu fahren. Ehrlich? Nein. Weil jetzt kommt noch etwas dazu, was nämlich die Krafteinleitung angeht. Die Krafteinleitung muss möglichst komplett in den Vortrieb gehen. Wenn ich jetzt ein ISUP habe, auf 14 Fuß, dann muss ich wahnsinnige Versteifung und Verstärkung anbringen. Da reicht es nicht, mit normalen Stringern zu arbeiten, wie hier bei einem neuen Halbfußboard, wo ich dann Stringer aufklebe, die dehnungssteif sind, sondern da muss ich dann, wie bei Starboard mit dem Airline, einen starken Tampen spannen oder wie bei Red Paddle mit einer Carbonstange arbeiten und G10-Latten im Standbereich, um möglichst viel Steif ins Brett zu kriegen. Weil wenn es sich verwindet, das ist meine Energie, die ich reingebracht habe, dazu der höhere Reibungswiderstand, dazu kein sauberer Wasserabriss. Da kann ich an Formen machen, was ich will. Solange ich die Kanten nicht steif kriege, hinten keinen sauberen Wasserabriss auf die Reihe kriege, wird es immer unterlegen sein. Das heißt, die maximale Geschwindigkeit, die ich mit einem Brett erreiche, ist nur bedingt abhängig von der Rumpfgeschwindigkeit. Warum? Weil unsere Brettform schon mal ganz anders ist. So, und jetzt die eigentliche Frage, was macht ein Brett denn eigentlich schnell? Der Paddler. Ganz einfach der Paddler. Viele Leute wären besser dran, einfach mal 100 Euro für einen Paddeltechnikkurs in die Hand zu nehmen und sich einen effektiven Paddelschlag beibringen zu lassen, als dass sie 2000 oder wie dieses Brett 3600 Euro in die Hand nehmen, um ein Vollcarbon Raceboard zu kaufen. Weil letztlich, und da zitiere ich gerne Conor Baxter, it's always the man. Was macht ein Brett schnell? Ein bisschen die Form primär der Paddler. Also, statt dauernd über schnellere und größere Bretter, wie man meint, schneller nachzudenken, arbeitet an eurer Technik, arbeitet an eurer Kraft, arbeitet an eurer Kondition. It's always the man. In diesem Sinne, viel Spaß auf dem Wasser.